Doni ist im Reiter und ich möchte hier rauskommen. Dafür nutze ich die Spinnenfalle. Ich schiebe sein Knie nach unten und schiebe das Bein zwischen meine Beine. Nun mache ich die Spinnenfalle zu, dadurch kommt er mit dem Bein nicht mehr aus der Falle heraus. Nun umarme ich Doni und rolle ihn auf die Seite, wo ich sein Bein mit der Spinnenfalle blockiert habe. Ich gehe nach oben und gehe selbst in den Reiter. Noch einmal. Bein nach unten schieben, zwischen meine Beine die Spinnenfalle zu. Doni umarmen und ihn auf die Seite legen in den Reiter. Bein nach unten schieben. Vielen Dank.